Ja, und damit zurück zur vierten Folge von Days Gone. Dieses wird eine etwas andere Folge sein, was ich nämlich festgestellt habe, bei der Postproduktion der letzten Folge, dass wir unseren ersten Fertigkeitspunkt erhalten haben. Und deswegen wollte ich mit euch heute mal die Fertigkeitspunkte durchgehen. Man möchte ja sich nicht falsch entscheiden, wem das jetzt alles zu theoretisch ist, der kann oben rechts auf die nächste verlinkte Folge klicken. Da geht es dann mit der Storybile. Hier werde ich mich nur mit den Fertigkeiten beschäftigen. Ja, Fertigkeitspunkte. Man sieht das hier oben. Wir sind gerade auf 12%, um die nächste Erfahrungsstufe oder Fertigkeitsstufe zu erreichen. Die erste Hürde haben wir genommen. Deswegen sind wir in Fertigkeitsstufe 2 und haben oben rechts zu sehen den ersten Fertigkeitspunkt erworben. Und es ist auch weiterhin möglich, natürlich Fertigkeitsstufen zu erklimmen und Fertigkeitspunkte zu erwerben. Ihr seht das, wir haben schon wieder 797 Erfahrungspunkte erreicht. Und wenn wir bei 6550 Erfahrungspunkten sind, somit also 100% bekommen haben, werden wir in die Fertigkeitsstufe 3 aufsteigen und einen weiteren Fertigkeitspunkt erwerben. Es bringt aber meiner Meinung nach nichts, Fertigkeitspunkte zu horten, sondern man sollte, wenn man sie denn erreicht hat, einen auch gleich verbraten. Man hat natürlich immer so ein bisschen Angst, dass man sie für etwas ausgibt und sich später ärgert, weil sie an einer anderen Stelle vielleicht besser benötigt worden wären. Ja, und deswegen habe ich mich damit ein wenig auseinandergesetzt und möchte euch heute einige Tipps dazu geben. Fertigkeiten kann man verteilen in drei verschiedene Bereiche. Einmal in den Nahkampf, einmal in den Fernkampf und einmal in Möglichkeiten des Überlebens. Überleben geht es hauptsächlich um Ressourcen und wir schauen uns das jetzt aber mal genauer an. Und wir starten mit dem Fernkampf ausnahmsweise. Fernkampf ist ja recht einleuchtend, es geht hier ausschließlich um die Waffen im Wesentlichen. Und es gibt nämlich dort eine Fertigkeit, die ihr auf jeden Fall nehmen solltet und auch gleich zu Beginn. Ich würde auf jeden Fall meinen ersten Fertigkeitspunkt nehmen und zwar ist das die Möglichkeit konzentrierter Schuss. Und ich empfehle das nicht nur, sondern setze hier auch meinen ersten Fertigkeitspunkt ein. Konzentrierter Schuss gemeistert. Drücke LT beim Ziel, um die Konzentration zu aktivieren. Die Zeit wird für einen Moment verlangsamt, sodass du präzisere Schüsse abgeben kannst. Die Dauer der Konzentration kann durch Fertigkeitsverbesserungen und Neroinjektoren, die in Nero-Kontrollpunkten gefunden werden können, verlängert werden. Das ist vielleicht etwas kompliziert geschrieben, deswegen zeige ich euch das gleich mal. Wir haben nämlich hier so einen nervigen Zombie, der versaut mir auch die ganze Tonaufnahme. Wir nehmen jetzt hier mal die Pistole. Gehen mal so ein bisschen näher ran. Und wenn wir jetzt den rechten Stick runterdrücken, seht ihr, wird es verlangsamt und man hat wesentlich mehr Zeit zu zielen und einen Kopfschuss anzusetzen. Wenn sich Gegner langsam bewegen, kriegt man das so auch ganz gut hin. Aber wenn wir solche Situationen haben, dass Zombies hinter einem herrennen und man läuft rückwärts und kann hier diese Funktion auslösen, dann bewegen sich nämlich die Ziele in Zeitlupe auf euch zu. Und das ist ein sehr mächtiges Werkzeug. Und deswegen meine unbedingte Empfehlung, diese Fertigkeit als erstes zu verwenden. Ja, der erste Punkt ist verbraten im Fernkampfmenü. Wir gehen auf die weiteren Funktionen gleich noch ein, aber ich sage euch jetzt auch gleich noch, wo ich den zweiten Fertigkeitspunkt verbraten würde. Und das ist nämlich beim Nahkampf. Dort gibt es nämlich die schöne Möglichkeit, Feldreparaturen. Ich habe das in der letzten Folge gemerkt, dass meine Waffe, wir sehen das hier, mein Baseballschläger, der ist auf 20% und blinkt. Das heißt, ich sage mal, wenn ich jetzt noch ein Zombie im Nahkampf damit erledige, dann ist die Waffe Schrott. Ich kann damit nichts mehr anfangen, die ist dann hinüber. Und mit der Option Reparatur, wie hieß sie ganz genau, Feldreparaturen, kann ich nämlich die Gegenstände reparieren. Ich habe das jetzt nicht gleich als erstes genommen, weil ich bin eher einer, der lieber mit Fernkampfwaffen hantiert. Man kann auch sagen, dieser Baseballknüppel, das ist ja eine Anfangswaffe. Wir haben am Anfang überall Waffen rumliegen, Äxte, Latten, Baseballschläger. Wir haben in der Vergangenheit schon das eine oder andere gefunden. Da kann ich auch vom Prinzip her irgendwo eine Waffe suchen und schmeiße die Alte einfach weg. Aber im späteren Verlauf wird es möglich sein, Waffen herzustellen. Wir sehen das hier, witzigerweise, oben rechts in dem kleinen Bild. Da ist nämlich ein Baseballschläger und ein Sägeblatt zusammengesetzt. Und solche Waffen, die man herstellen kann, die haben natürlich auch einen entsprechenden Wert, weil diese Gegenstände auch nicht in allzu großer Anzahl in der Umwelt zu finden sind, lohnt es sich dann auch, Waffen zu reparieren. Ihr müsst für die Reparaturen Schrott einsetzen. Da steht ja hier die Fähigkeit, Nahkampfwaffen mit Schrott zu reparieren. Das ist dann so ein bisschen die Kehrseite der Medaille. Aber wie gesagt, habt ihr erst einmal Rezepte gefunden, um wertigere Gegenstände herzustellen, dann lohnt sich auch eine Reparatur. Deswegen hier auf jeden Fall auch die Empfehlung für eine Feldreparatur. Wie funktioniert das System dann weiter? Ihr seht ja, man hat immer drei Sachen zur Auswahl in jeder einzelnen Stufe und es gibt 1, 2, 3, 4, 5 verschiedene Stufen. Am Anfang sind die Stufen noch gesperrt und ihr kommt eigentlich immer nur dadurch weiter, indem ihr euch für zwei Gegenstände entscheidet. Hier steht es auch, es ist gesperrt, erfordert zwei zusätzliche Fertigkeiten. Das heißt, ihr müsst von diesen dreien zwei erlernen, um überhaupt erst in die nächste Stufe zu kommen. Und wir schauen uns das mal ein wenig an, was sich hier so alles finden lässt. Wir haben hier den Befreiungskünstler, erledigt kleinere Gegner, nachdem du dich aus einem Kampf befreien konntest. Wir haben hier die Feldreparaturen, die wir eben schon angesprochen haben und wir haben hier etwas, das die Ausdauer von Ausdauercocktails anhebt. Eine Eigenschaft, die ich für den Anfang weniger sinnvoll halte, weil wir überhaupt noch gar keine Ausdauercocktails herstellen können. Wir finden im Laufe des Spiels Rezepte, wir können momentan Verbandsmaterial herstellen, wir können Monotaufcocktails herstellen, aber einen Ausdauercocktail können wir noch nicht herstellen, das werden wir sicherlich später dann finden. Von daher eine Eigenschaft, die man nicht gleich zu Beginn lernen muss. Da ist der Befreiungskünstler dann schon interessanter. Wir sind ja schon vom ersten Zombie festgehalten worden. Und wenn man dann die Möglichkeit hat, wenn ein so ein Zombie schnappt, ihn durch eine bestimmte Fähigkeit gleich zu erledigen, ist das natürlich hilfreich. Ja, weiter geht es hier mit harter Schläger, erhöht den Schaden. Eine sehr interessante Fertigkeit. Je mehr Schaden ich erziele oder erwirke, das hat natürlich was mit Effektivität zu tun und führt auch dann dazu, dass meine Waffe länger hält. Also das kann man schon mal vormerken, sehr gute Fähigkeit. Hier haben wir geplatzte Lippe, stellt für jede Nahkampf-Eliminierung Ausdauer wieder her. Also Ausdauer ist ja die Fähigkeit wegzulaufen. Es ist ja hier immer die Entscheidung zwischen, richte ich Schaden an oder laufe ich weg. Und oft wird es auch eine Kombination aus beiden sein. Ich erledige einen Gegner, ich laufe ein Stück weg. Dann versuche ich wieder einen zu erledigen, laufe wieder ein Stück weg. Weil man hier regelmäßig Gegner ziehen muss. Deswegen ist diese Kombination zwischen Schaden und Ausdauer auch nicht ganz uninteressant. Ja, hier haben wir die Fähigkeit längere Kombos mit Nahkampfwaffen auszuführen. Auch das wird dazu führen, dass ein Gegner schneller eliminiert ist. Geht ein bisschen in die Richtung mehr Schaden. Gerade weil ich dann halt wahrscheinlich nach dem ersten Schlag noch einen zweiten oder dritten folgen lassen kann. Hier würde ich also auf jeden Fall harter Schläger nehmen. Und wahrscheinlich sogar die Kombis vorziehen gegenüber der geplatzten Lippe. Wenn wir Level 3 erreicht haben, haben wir hier blitzschnelle Reflexe. Auch das ist ja eine Methode, die wir schon in der allerersten Folge gesehen haben. Man setzt einen Schlag an und macht eine Rolle. Man setzt einen Schlag an und macht eine Rolle. Und jede Rolle braucht aber Ausdauer. Das heißt, irgendwann hat es sich dann auch ausgerollt. Und mit dieser Fähigkeit kann man das so ein bisschen abmildern. Weil ich nämlich nach jeder Rolle entsprechend auch mich wieder erhole. Daher finde ich das gut. Stierlauf ist eine Fähigkeit in einem Sprint. Einen menschlichen Gegner oder Schwärmer mit einem Nahkampfangriff zu betäuben. Ja, ich kann mir solche Situationen vorstellen. Aber wann sprintet man schon in einen Gegner? Also ich glaube, man sprintet eher weg. Und ist ja gerade bemüht, von den Gegnern wegzukommen. Finde ich jetzt eher nicht so interessant. Die Abrechnung. Verleiht Nahkampfwaffen die Chance auf kritische Eliminierung bei Menschen, Schwärmern und Krabblern? Eine Krit-Chance, die erhöht wird. Jetzt also auch eine Chance, den Gegner schneller zu beseitigen, ihn schneller loszuwerden. Würde ich mich also für dieses entscheiden und für die blitzschnellen Reflexe, um zur nächsten Stufe zu gelangen. Hier haben wir auch wieder reduziert Ausdauerverbrauch beim Rollen erheblich. Erheblich, das wird sich dann also spürbar verbessern. Rock'n'Roll, die Fähigkeit schwächere Gegner durch Treffer mit einem Stein zu betäuben, finde ich ziemlich Banane. Also, wenn ich erst noch einen Gegner betäuben will, um den anderen dann zu töten. Also, keine Ahnung, ich kann mir da wenige Situationen vorstellen, wo ich das brauche. Homerun erhöht den Schaden, den du mit hergestellten und gefundenen Nahkampfwaffen verursachst. Erheblich, auch das ist natürlich cool, ein erheblicher Schaden zu gewinnen. Hier ein erheblicher Ausdauergewinn oder eine Reduktion des Verbrauchs ist im Endeffekt das gleiche. Da würde ich also Homerun und von der Rolle nehmen. Ja, dann nochmal hier, ähm, die letzte Ebene. Erhöht deine Chance auf kritische Treffer oder Eliminierung um 25%, diese Eigenschaft Rache. Und, ähm, ja, 25% Ritzchance ist schon ordentlich. Das wird man sicherlich dann hier und da auch merken. Spiefelmesser kommen los, richten doppelten Schaden an. Finde ich ziemlich sinnbefreit, weil ich glaube, wenn man erstmal hier oben bei dem Level angelangt ist, da ist man ja im Spiel auch schon weit fortgeschritten, hantiert man da noch mit einem Messer. Äh, das könnte höchstens zum Tragen kommen, wenn die Hauptwaffe kaputt ist. Aber man kann hier auch zwischendurch dann reparieren, also finde ich jetzt nicht so nice. Henker, die Fähigkeit, einen Tarnangriff auf schwere Freaker auszuführen. Ähm, oder große Tiere, also das finde ich schon gut. Weil, ich kann mir schon vorstellen, dass es dann, wir sehen ja oben rechts so einen etwas schweren Gegner, die dann später wohl auf uns zukommen, wenn man sich da anschleicht und den mit einem Messerkill sogar tot kriegt. Kann ich mir vorstellen, ist das auch eine ganz schöne Funktion. Ja, ich blende euch hier einfach nochmal ein Bild ein, indem ihr die Fähigkeiten seht, für die ich mich entscheiden würde auf dem Weg zur letzten Stufe. Ihr könnt natürlich individuell entscheiden, ähm, was ihr nehmt. Aber das wäre meine Empfehlung im Bereich Nahkampf. Ja, schauen wir uns den Fernkampf an. Konzentrierter Schuss haben wir schon ausgewählt. Wie gesagt, für mich ein absolutes Muss. Das erweitert ja auch die Spielfunktionalitäten. Ähm, es ist auch so, dass ihr, wir haben das ja hier gelesen, im Nero-Kontrollpunkt auch noch Injektoren findet, ähm, die genau darauf abzielen, diese Zeit des konzentrierten Schusses zu verlängern. Ähm, von daher wird das noch im Verlauf des Spiels eine wichtige Rolle spielen. Ja, hier haben wir noch weitere Optionen im Level 1. Kampf und Flucht. Ziel in der Bewegung präziser mit einer Fernkampfwaffe. Ähm, also wenn man sich bewegt, auch solche Situationen hatten wir jetzt tatsächlich schon ganz am Anfang des Spiels. Man läuft vor mehreren Zombies weg, läuft rückwärts, versucht die, die ein am nächsten sind, schon, ähm, abzuschießen. Also das ist ja so genau so eine Situation. Man ist in einer Bewegung, will natürlich da möglichst präzise den Kopf treffen, weil dann dauert es einfach zu lange und verbraucht zu viel Munition. Tolle Eigenschaft, würde ich euch empfehlen. Häufelskreis. Die Fähigkeit auf einem Nahkampfangriff einen Fernangriff folgen zu lassen und enormen Schaden zu verursachen, finde ich jetzt nicht so richtig brauchbar. Ähm, also wenn man aus einem Nahkampfangriff flieht, und im Fernkampfangriff muss man erst noch auf die Waffe wechseln. Also weiß ich nicht, ob man das so häufig anwendet. Sicherlich vom eigenen Spielstil ab. Finde ich nicht so gut. Level 2 im Bereich Fernkampf. Dauerfeuer. In Konzentration können Fernkampfwaffen schwächere Gegner eher aufhalten. Also wenn ihr die Konzentration aktiviert, diese Verlangsamung der Gegner, ähm, können Fernkampfwaffen schwächere Gegner eher aufhalten, wird also die Feuerkraft erhöhen. Ist ganz schön. Hier haben wir die Massenkontrolle. Reduziert die Abklingzeit von Konzentration. Ähm, das heißt, diese Fähigkeit, das ist ähnlich wie beim Ausdauerbalken, muss ich erst wieder aufladen, damit ihr sie erneut anwenden könnt. Auch das ist natürlich gut. Je schneller es sich auflädt, desto häufiger könnt ihr es benutzen. Und hier haben wir ja voll konzentriert, verbessert die sofortige Erholung und Wirkungsdauer eines Konzentrationscocktails. Würde ich jetzt hier als die schwächste Eigenschaft einstufen. Erstens, wir haben kein Rezept für einen Konzentrationscocktail. Zweitens, ja, so einen Cocktail, den wirft man sich wahrscheinlich vorher ein, wenn man eine anspruchsvolle Aufgabe vor sich hat. So wie ich mich kenne, vergesse ich regelmäßig diesen Cocktail überhaupt zu nehmen. Könnt ihr mir vorstellen, wenn man später gegen die Horden, die es ja in dem Spiel ja auch geben wird, kämpft, dass man dann so einen Konzentrationscocktail, dass der dann auch an Bedeutung gewinnt. Aber dann kann man es auch zu einem späteren Zeitpunkt noch aktivieren. Ja, Level 3. Unterwegs. Die Fähigkeit beim Sprinten eine Fernkampfhaffe nachzuladen. Das ist schon recht schön. Also wenn das sonst nicht geht, finde ich das schon ganz cool, weil man kann einen Abstand zu gewinnen. Man kann Abstand gewinnen zu Gegnern, die hinter einem herrennen, kann sich umdrehen und mit der aufgeladenen Fernkampfwaffe, die die am vordersten Front sind, kann man dann schon mal beseitigen. Eiserner Griff reduziert den Rückstoß von Fernkampfwaffen erheblich. Wenn es erheblich ist, dann wird es sicherlich auch die Präzision erhöhen. Gerade bei Fernkampfwaffen, die dann Dauerfeuer ermöglichen, ist das sicherlich auch gut geeignet, Gegner schneller loszuwerden. Eingespannt erhöht den verursachten Schaden durch Armbrustbolzen erheblich. Ich finde die Waffe ja so schon relativ effektiv. Auch eher geeignet, sage ich mal, um die ersten Gegner, sage ich mal, so abzuschießen. Aber das muss man dann beobachten, wie sich das auswirkt. Könnte ich mir auch vorstellen, dass das ganz schön ist. Es wird später sicherlich auf der Position Armbrust auch die Möglichkeit haben, eine Sniper zu setzen. Wenn man dann natürlich lieber mit der Sniper agiert, dann hat man natürlich von dieser Funktion nichts mehr. Das ist dann eine Geschmacksfrage. Wenn man aber bei der Armbrust bleibt, ist das natürlich lohnenswert, das hier auszubauen. Ja, nächster Level, Level 4 im Bereich Fernkampf. Unterdruck, du verbrauchst keine Konzentration mehr, wenn du eine Fernkampfwaffe nachlädst. Tja, keine Ahnung, nachladen während der Konzentrationsphase. Ich glaube, man würde eher die Konzentrationsphase abbrechen, weglaufen, sich bewegen und dann die Waffe nachladen. Bin ich jetzt eher zu vernachlässigen. Schnelles Nachladen reduziert die Nachladezeit für Fernkampfwaffen, das ist immer gut. Denn Sekunden können hier entscheiden zwischen Leben und Tod, von daher eine gute Geschichte. Todesschuss erhöht die Präzision von Fernkampfwaffen. Das ist sicherlich auch brauchbar. Wir sehen hier, Deacon hat eine Sniper oben. Wenn man damit präziser zielen kann, wird einem wahrscheinlich vom System an das eine oder andere abgenommen. Gerade wenn sich Ziele bewegen, ist es sicherlich einfacher, die Gegner einfach zu erwischen. Auch im Rückwärtslaufen, Kopfschuss ansetzen. Gute Sache. Todesschuss würde ich nehmen. So, und dann hier im letzten Level, falls man bis dahin dann vorgetrunken ist, Munitionskapazität für Fernkampfwaffen erhöhen. Ich denke, das ist ein Must-Have, wenn man im späteren Verlauf des Spiels größere Gegnerhorden hat. Da wird man wahrscheinlich dann mit den Knappmagazinen nicht hinkommen. Zwei Fliegen, eine Kugel erhöht die Projektil-Durchschlagskraft von Fernkampfwaffen. Da gilt genau das gleiche. Wenn ich mir diese Zombie-Horde hier rechts angucke, das wird wahrscheinlich zwingend erforderlich sein, wenn man da reinballert. Dass man vielleicht auch mal zwei Gegner auf einmal erwischt. Auch ein Must-Have, wenn man sich mit so einer Order anlegt. Auch sehr schön ist der Kopfrausch. Durch Kopfschuss-Kills gewinnst du Gesundheit zurück. Auch das ist natürlich cool, wenn ich mir vorstelle, man ist im Rückwärtslaufen, macht einen Headshot und kriegt gleichzeitig ein wenig Gesundheit zurück. Tolle Sache. Also insgesamt finde ich hier die Fernkampf-Sachen besser als die Nahkampf-Geschichten. Es hängt aber vom Spielstil ab. Wenn ihr lieber im Nahkampf kämpft, dann werdet ihr sicherlich da eher fündig werden. Tja, und hier in der Gesamtübersicht nochmal grün eingefärbt die Fertigkeiten, die ich euch im Bereich Fernkampf empfehlen würde. Ja, letzter Bereich, der Bereich Überleben. Der Bereich hat jetzt nichts mit dem Kämpfen zu tun, hat aber was damit zu tun. Ja, wie kann ich Ressourcen einsammeln? Wie viele Ressourcen kann ich einsammeln? Also das hat natürlich dann auch Auswirkungen darauf, wie ich mit knappen Ressourcen hier möglichst schnell vorankomme. Wir haben hier meiner Meinung nach auch eine Funktion mit Dorn im Auge, die ihr auf jeden Fall relativ zeitnah auswählen solltet. Die Armbrust ist am Anfang sicherlich eine super Waffe, aber wir verlieren halt die Bolzen und müssen die mit Schrott wiederherstellen. Denn Schrott ist sicherlich irgendwann eine knappe Ressource, wenn wir auch unsere Nahkampfwaffe damit reparieren müssen, wenn wir das Spike damit reparieren müssen. Deswegen ist es sicherlich auch ganz interessant, die abgefeuerten Pfeile wiederzufinden. Dorn im Auge wäre hier meine absolute Empfehlung. Vielleicht sogar die dritte Option nach der Konzentration im Fernkampf, den Feldreparaturen im Nahkampf, würde ich als dritten Fertigkeitspunktbolzen wiederfinden einsetzen. Ja, die anderen Funktionen, Falkenauge, Pflanzen werden auf der Minikarte angezeigt. Das ist sicherlich auch ganz, ganz cool, weil ich finde gerade die Pflanzen, die verstecken sich doch so ein bisschen in der Umgebung. Die Bäume, die sieht man auch ganz gut mit bloßem Auge. Aber wenn man da einen kleinen Tipp kriegt auf der Minikarte, die ja, wenn man auf dem Motorrad sitzt, im Übrigen auch noch ein etwas größeres Feld abdeckt, dann ist das auch eine gute Funktion. Ja, hier haben wir die Verlängerung der Anzeigedauer von Symbolen in der Überlebensansicht. Die Überlebensansicht, wenn ihr den rechten Stick runterdrückt, wenn er mit Gamepad spielt, ist ja diese Übersicht, wo ihr dann seht, wo Dinge versteckt sind, wo Fußstapfen sind. Das ist natürlich eigentlich nur eine Komfortfunktion. Also, man kann ja das Ding so oft drücken, wie man lustig ist. Wer das aber nervig findet und das ein bisschen länger angezeigt bekommt, für den ist das was. Ansonsten finde ich das am Anfang eher, das ist eine reine Komfortfunktion. Kann man erstmal vernachlässigen bei knappen Fertigkeitspunkten. Wir schauen auf Level 2 im Bereich Überleben, haben hier das Adlerauge, erhöht die Reichweite von Überlebensansicht. Das heißt, hier wird einfach der Bereich erweitert. Das kann natürlich hilfreich sein, wenn man bestimmte Gegenstände sucht. Ist natürlich klar. Erleichtert das Auffinden von Gegenständen. Wir haben den Dieb in der Nacht. Erzeugt weniger Lärm, wenn du dich bewegst oder fallen lässt. Finde ich jetzt eher zu vernachlässigen. Ich finde, in dem Moment, wo man schleicht, man kann sich ja bis an den Gegner heranschleichen. Also, wenn man in ein Camp eindringt und hat sich entschieden, langsam vorzugehen, dann kann man auch in die Hocke gehen. Das ist eigentlich ruhig genug. Ich glaube nicht, dass man da was mit anfangen kann. Grüner Daumen. Das finde ich super. Finde ich die beste Eigenschaft hier im Level 2. Die Fähigkeit beim Sammeln, doppelt so viele Pflanzen zu erlangen. Also, man hat ja eine Steigerung von 100%, wenn man das auswählt. Und wir haben ja auch schon gesehen, dass wir diese Pflanzen benötigen, wenn wir in die Lager gehen. Da können wir das gegen Camp-Punkte eintauschen. Später wird es auch so sein, dass wir diese Rezepte, die wir bekommen, Ausdauer, Cocktails zum Beispiel, dass wir auch da Pflanzen einsetzen müssen. Und von daher, wenn man doppelt so viel findet, den Ertrag verdoppelt, sollte man auf jeden Fall nehmen. Wir sind im Level 3 im Bereich Überleben, haben hier Ohr am Boden. Also, das ist auch ein Must-Have. Es ist ja fast schon cheaten. Das heißt, man klickt die Überlebensansicht und kann quasi durchgebäudet durchgucken. Gegner werden hervorgehoben. Also, das ist natürlich ein mächtiges Werkzeug. Also, wie gesagt, das grenzt schon fast an allen Schied. Wem das zu lame ist, der lässt es weg. Aber alle anderen müssen sich das dann nehmen hier an der Stelle. Durchatmen reduziert die Abklingzeit für Ausdauer-Wiederherstellung. Das ist natürlich klar, ist auch schön. Erleichtert es oder führt dazu, dass ihr, wenn ihr euch leergepumpt habt, wenn der blaue Balken am Ende ist, dass er schneller wieder aufgeladen wird. Ist ganz nett. Kann man machen. Aber naja, muss man nicht unbedingt. Der Schlachter, das ist das gleiche, das Pendant zu den Pflanzen. Ihr kriegt die doppelte Menge aus Tieren. Von daher bräuchte ich da nicht viel zu erzählen. Super. Nehmt diese Fähigkeit auf jeden Fall, wenn ihr den Level 3 erreicht habt. Ihr profitiert davon, indem ihr leichter an Kämpunkte kommt. Machen. Level 4. Schraubenschlüssel. Verdoppelt die Effektivität von Schrott bei Motorradreparaturen. Also das Motorrad erleidet fortlaufend Schaden. Ihr werdet im späteren Verlauf des Spiels die Möglichkeit haben, das Motorrad zu pimpen. Gerade bei Copeland haben wir ja gesehen, können wir das Motorrad ausbauen nach und nach. Die wertigeren Bauteile werden dann auch nicht so leicht Schaden erleiden. Aber am Anfang, glaube ich, müssen wir noch relativ oft Schrott einsetzen, um das Motorrad zu reparieren. Muss man gucken eben. Es ist hier in Level 4. Da werden wir ja auch schon relativ weit fortgeschritten sein im Spiel. Man kann das Motorrad auch im Camplager reparieren lassen, wenn der Schrott wahrscheinlich irgendwann auch knapp werden wird. Ich glaube, ich werde mein Motorrad eher im Lager reparieren, als es selbst zu reparieren, wenn es irgendwie geht. Dann hat diese Fähigkeit auch an Bedeutung verloren. Ja, neuer Schwung gibt dir bei geringer Gesundheit einen zusätzlichen Adrenalinstoß. Das ist sicherlich auch nicht verkehrt. Das ist immer gut, hier nochmal so ein bisschen Gesundheitspunkte dazu zu kriegen. Für mich hört sich das so an, dass man weniger Schaden erleidet oder vielleicht so einen kleinen Gesundheitsplus sogar kriegt, kurz bevor es mit einem zu Ende geht. Das kann einen dann hier und da schon mal den Arsch retten. Trag dein Päckchen, erweitert den Inventarplatz für Herstellungsmaterialien, Fallen und Wurfobjekte. Das ist ein Must-Have, finde ich. Denn man kann nicht allzu viel mitschleppen. Wir können aktuell drei Monotau-Cocktails mittragen. Was ist das schon, wenn ich später gegen eine Horde kämpfe? Also das ist ein Must-Have. Das muss auf jeden Fall her. Je früher, desto besser. Ja, dann sind wir im letzten Level, im Level 5 im Bereich Überleben. Steh auf, Männchen. Er hält Ausdauer zurück, wenn du Schaden erleidest. Ist immer ganz gut, weil ich glaube, es ist ja immer ein Wechselspiel. Wenn man wegrennt, sich umdreht, versucht wieder ein paar Gegner zu erledigen, wieder wegrennt. Dann ist man immer froh, wenn man Ausdauer hat, um einfach den nötigen Abstand herzustellen, um dann auch wieder auf Gegner erzielen zu können. Erhöht die Ausdauer in Regeneration erheblich, verbirgt sich hinter der Fähigkeit in Form. Ausdauer, Regeneration, auch immer gut. In dem Moment, wo man nicht rennt, lädt sich im Hintergrund der blaue Balken auf. Und man kann wieder davon profitieren und wieder wegrennen. Und hier haben wir dann der Alchemist. Verbessert die sofortige Erholung und Wirkungsdauer eines Gesundheitscocktails. Ja, zu diesen Cocktails. Ich bin da so ein bisschen, würde das eher nachrangig nehmen. Weil, meiner Erfahrung nach, verwendet man solche Buff-Cocktails eher zurückhaltend. Die hebt man sich immer auf. Wahrscheinlich fällt es einem mal nach dem Kampf ein, nach Mensch hätte es ja auch ein Cocktail nehmen können. Muss man gucken. Ich denke, wir werden da erst im späteren Verlauf von profitieren. Tja, hier nochmal in der Gesamtübersicht die Gegenstände, für die ich mich im Bereich Überleben entscheiden würde. Und damit bin ich durch, was die Fertigkeiten angeht. Und ich hoffe, dass das ein bisschen hilfreich war, sich zu orientieren, um euch etwas Sicherheit zu geben, welche Fertigkeiten ihr für die Fertigkeitspunkte einsetzen solltet. Und ja, viel Spaß beim Sammeln von Fertigkeitspunkten und beim Leveln eures Charakters. Und damit bin ich durch mit diesem etwas anderen Erklärvideo, sag ich mal. Und wenn es euch gefallen hat, wenn es euch geholfen hat, dann lasst gerne einen Daumen da oder lasst einen Kommentar da. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß bei der Fortsetzung des Abenteuers mit Deacon in der nächsten Folge. Und bis dahin, alles Gute, auf Wiedersehen, tschüss und ciao. Und bis dahin, alles Gute, auf Wiedersehen.